Oh, Mann. Wir sind auch viel aggressiver. Oh, Mann. Das Licht macht Ihnen kaum etwas aus. Wiedeln in der Takel. Komm mal her. Mach ich. Elena. Wir müssen hier rauskommen. Okay, ja, ich bin da mit dran. Ich hoffe, die kommt hinterher auch. Ja, lecker. So, und nun springen, oder wie? Ja, Alter, wie viele da sind, halt. Bäh. Muss nicht sein, also so viele sind hier. So, die rennen einfach so durch. Stehen egal. Sie steckt fest. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte sie damit zurück. Ich helfe Elena von hier aus. Ah, toll. Hier läuft's, Elena. Elena. An die Kugel. Zolli, ich brauch mehr Kugeln. Moment. Zolli, ich brauch sie jetzt. Hier. Ich bin da. Ah, lecker. Ähm. Ja. Okay. Toll, wenn ich keine Munition hab. Halt sie die Dame zurück. Ich helfe Elena von mir aus. Versuch es. Wie läuft's, Elena? Elena. Alles klar da hinten? Ich versuch's ja. Das ist ein Knöpfchen drücken. Elena. Das wäre gut. Zolli, ich brauch mehr Kugeln. Zolli, ich brauch sie jetzt. Hier. Nimm das. Ah, da ist das. Wie geht's voran? Ich glaube, ich hab ihn. Dann mach die Tür auf. Ja, da kommen immer noch mehr, hey. Ich schau's. Jederzeit, Elena. Verstanden. Okay. Los. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du, du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Helena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlau nicht. Wieso reicht das nicht? So, dann mal weiter. Keine Ahnung, wohin. Die Helena haben ein bisschen angepisst, oder? In Deckung! Oh. Ja. Toll. Okay. Ich kann du auch nicht sehen. Jo, ich will auch nicht fehlen. Ah, da rennt er. Ich kann nicht sehen. Sully, alles klar? Er verzieht sich nicht. Oh, ne, die ist schon fett. Ich will gar nichts. Oh, nicht so'n fetter. Jo. Ja, klar, hier alle. Auf einmal, ja. Ja. Ich kann nichts sehen. Sully, alles klar? Ja, hallo. Woher kommt ein Bärschling da? Vorsicht! Ja. Ja, toll, Mann. Komm, ich kann mich von der Granate wegbewegen. Ja, lecker, bin ich noch. Ja, komm, hey. Muss ich zweimal nachladen, oder was? Ich kann nichts sehen. Sully, alles klar? Ja, ich kann nichts sehen. Bärschling. 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 Eine Granate. Eine Granate! Ja, hallo. Ja, genau. Wieder beide auf mich, hey. So unfair, hey. So, nochmal die Spaß. Seht ihr noch mehr? Wir müssen einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helf dir hoch. So. Vorsicht, Junge! Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst! So, ich hoffe, da oben wartet nicht der Talbot, oder wie der heißt. Okay. Nö. Okay. Hast du es? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffen. Ihr könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt. Wir müssen von hier verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie die so reden. Wie die so reden. Och, nö. Oh, nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleib weg! Was ist los mit ihm? Das sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon, lass mich los! Okay. Wir wollen, wir wollen... Wir verschwinden jetzt! Lass mich in Ruhe! Nein! Nein! So, aktuell sind wir auf Drogen. Gehen Sie weg! Ganz ruhig. Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ich verschiebe dir mal alles. Nur mir nach. Wem nach? Lassen Sie mich! Was, Marlo? Deine Hand! Ich glaube, nicht so. Die Häuser bewegen sich. Ruhig. Ei, 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 ei. Sully ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Sully weiß es. Keine Angst. Mir nach. Nein! Ich geh nicht. Oh, je. Oh, je. Nicht wehren. Bin ich hier. Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht. Keine Sorge. Die tun Ihnen nichts. So, darum kann ich nicht, oder? Doch. Wo ist das? Wo ist was? Wo bin ich? Geben Sie sie uns. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut. Okay. Verdammt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bitte. Ich weiß nicht.